Ich führe gemeinsam mit meiner Familie in Hamburg ein Bestattungsinstitut. Ich denke dadurch, dass wir ein Familieninstitut sind, ist es sehr familiär, man ist gut aufgehoben und wir bemühen uns wirklich für jeden den passenden Abschied zu finden und zu gestalten. Also es ist schon so, weil ich gemerkt habe, dass es für die Menschen einfacher ist, wenn sie einen Bestatter schon mal persönlich kennengelernt haben. Es ist immer ein Thema, das man nicht so gerne anspricht, wo man nicht sagt, am Dienstag gehe ich mal zum Bestatter. Sondern so ist es einfach, sie haben die Möglichkeit mich anzusprechen, es ist offen, ich versuche einen Blick hinter die Kulissen zu gewährleisten, Fragen, die gestellt werden möchten. Ich denke, dass man da einfach diese Barriere ein bisschen überwinden kann. Aber! So! So!